kriegen wir noch irgendwas sinnvolles irgendwas was uns hier hilft da hilft wollen wir da drüben warte mal das kriegt auch für bananen und so weiter wir brauchen irgendwelche sets sowieso also daher nehmen wir hier noch ein bisschen was mit was wir mitnehmen können schweinchen gibt nicht genügend punkte dings ist jura das ist selten das bringt 30 punkte der pfau für den dschungel nehmen wir mit dann ist der auch schon mal da der ist auch noch nicht in ordnung mit einem sobald hin und schon sind wir sowieso wieder bringt einfach nicht genügend punkte gut dann fahrt ihr jetzt hier an die beiden sachen mit und müssen schauen wir das jetzt hinkriegen es gibt natürlich eine variante die durchaus möglich ist wie schnell ist und sobald wir genügend geld haben wieder durchführen können was haben wir schon mal getan das nennt sich bäumchen pflanzen vorher war würde aber wahrscheinlich dazu sorgen dass wir hier den ganzen bereich unten mit bäumchen abdenken ja aber dann hätten wir ein fluss dementsprechend hier auch ein rathaus dementsprechend hier mehr arbeitskräfte müssen wir wieder schummeln geht nicht anders der ist erlaubt da wir nur auf krieg spielen ansonsten würde ich mir den nicht erlauben und dann würden wir hier ganz schön ganz schön ganz schön blöd gucken so lange müsst ihr warten also wir werden hier auf jeden fall auf das sender umstellen weil wir den einfluss einfach brauchen punkt ja wir können hier nicht schummeln mit irgendwie ich habe jetzt mal keine ahnung ein staudamm und dann kann ich ja mit fußballstadium mit die ganze sache irgendwann so weit hoch treiben dass das alles egal wird ne den luxus haben wir nicht seid ihr schon da nein seht mal zu freunde der garik muss hier rein der ist zeitig der ist hier ich meine wir können auch hier mit rein tun hier sind nahezu alle mit dabei aber der würde uns nicht viel bringen hier schmuck ist ja hier drüben ich werde eine ihrer treuhänder sein die eine insel wird bombardiert ja das ist wieder geschafft glückwunsch dass ich in dem moment dann vergesse ich es wieder und dann stehe ich wieder da an arbeitskraft schuss und alle umkreis mit dran sehr gut es mangelt an arbeitskraft das angegriffen von wem wer traut sich an den arbeitskräften sind wir dran da arbeite ich auch irgendwie ganz uns interessiert dran wie kriegen wir sind alter wieso ist nicht chili soße so runter ja stimmt ja weil wir hier die ganzen arbeit da drin haben ja das müssen wir da müssen sie jetzt einfach mal mit durch geht einfach nicht anders müssen wir jetzt mal kurz warten kriegen wir nicht anders hin sorry schade ist ja gleich geschafft ist ja gleich geschafft dann ist alles im griff ja ihr habt erstmal alles in dem milch und honig fließen pelzmäntel müssten wir auf 900 dann wird die universität freischalten frage ist das jetzt wichtig unbedingt nicht zwangsläufig arbeitskräfte sind erstmal genug da wir könnten also noch ein bisschen aufsteigen eine produktion wurde angehalten wenn ich hier die innere linie noch machen ja wir haben wird angegriffen dann kann er wenigstens die pelzmäntel schon kriegen was ist das hier du stellst dich hin und lass dich abknallen naja gut von mir aus deswegen steht der kanonenturm da der sich hier so ein bisschen noch gut ja die kommen ja gleich ihr seid jetzt auch gerade wieder genau drinnen dass ich euch nicht zu zweit rauspicken kann gut komm 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 mach mache junge mache komm hier ran und gib dein bestes ist der drüben schon mit nein haben wir gar nicht den einfluss für ich weiß problem ist uns bekannt wir arbeiten das problem ist uns bekannt wir arbeiten dran da 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 ja ist mir schon klar warte mal du brauchst nicht zufällig zement oder ich jetzt gar nicht drauf geachtet nein gut dann dann einfach weitermachen einfach weitermachen dementsprechend wenn wir trotzdem hier auch einfach weitermachen die kommen jetzt gerade gleich vorbei das sieht nicht so aus wenn wir hier nochmal glück haben brauchen wir den noch oder brauchen wir den nicht bei vier wenn wir den drüben bauen wäre der schon wer wäre schon schön können wir uns auch leisten kein problem frage es musste jetzt sein eigentlich nicht eigentlich nicht dann können wir uns den erstmal sparen so die zwei sind gleich da dann fahren die rüber verkaufen wieder was dann haben wir wieder geld wenn wir geld haben gucken wir noch mal ob wir doch mal ein item irgendwas kriegen ja und vielleicht doch schon noch ein paar sachen mit rüber nehmen mit dem platz und mit dem geld dann werden wir da drüben bäumchen pflanzen und je nachdem wie sich das dann gleich verhält bringen wir vielleicht doch noch mal ein paar set gegenstände dann müssen wir gucken ob wir irgendwas haben was das vielleicht Sinn macht ja das ist doch schön wenn hier alles abwackelt ja ich hab's gesehen ich seh das ich bin nicht blind das ist doch toll dass das hier alles so gut läuft kannst du hier nochmal rüberfahren und haben nochmal zusätzliche feuerwehr fahr da mal hin ja wenn hier nichts funktioniert aber der korridor der klappt na wie läuft's können wir wieder anbringen gut sehr schön ernsthaft ihr arbeitet trotzdem noch obwohl jetzt hier warte mal Phase abschließen jetzt müsste das Ding wieder erstmal auf 0 gehen super minus 10 minus 9 jetzt kommen wir wieder voran das lassen wir erstmal alles hier in dem Verein ein bisschen so brach liegen rück zurück zur Hauptstadt so ihr seid da zack 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 haben wir es ja nicht umsonst geholt das kann alles noch das kann alles noch gebraucht werden gut es ist hier karek mein süßer rein mathematisch gesehen wäre es hier drüben besser aber da müsste ich die alle rüber tauschen deshalb müssen wir das hier ausbauen wenn wir das nicht tun dann bin ich stumm oder zumindestens sehr fragwürdig warum wir das dann nicht machen brauchen brauchen wir den dann noch wo ein praktisch gesehen schon da muss der jetzt erstmal raus aber der kommt dafür rein und er wird dafür sorgen dass das jetzt hier alles abgeht weil die super komo mit dem geldverleiher und mit dem garek der macht das jetzt die sind wie potenzmittel junge das lässt blut in die körperorgane ja spritzen wird sich auch wieder blöd an wir sind jetzt wieder potent hier haben wir da geld das hört man doch gerne und ihr zwei gehört nicht zu dem muster was ich hier vertrete super ja den mit dem 40 prozent den sollte man jetzt auch noch reinhauen der mit brandgefahr damit das hier auch noch mal ein bisschen geld bekommen wir könnten den auch da rausnehmen jetzt spielen wir noch ein bisschen tetris wenn wir nämlich den hier oh wenn wir den mit 40 prozent hier rein tun und den feuer mit 40 prozent dann guck mal wie sich das jetzt hier ändert guck mal wie das jetzt hier abgeht und jetzt würde ich das hier gerne nochmal kurz sortieren du bist für schnapsbier rum und alles naja von mir aus bringt geld den noch mit rein brauchen wir noch arbeitskräfte sonst könnte ich den noch mit rein tun aufstandsgefahr noch mal zu sein kommen jawohl der ist jetzt nicht überragend aber geld ist geld und jetzt haben wir doch schon mal ordentlich ordentlich was zu bieten dann verkaufen wir hier die ganzen geschütze wir nehmen die brillen mit müssen wir die ganzen maschinen verkaufen und dann nochmal doppelt sekt auch hier oben wo ist er denn fahr schneller eine produktion wurde angehalten ja ist mir klar ist mir durchaus bewusst entspann dich süßer da sind wir dabei das ist prima hallo abdrehen in der gelände wo ist unser geld unser geld schon da unser geld ist unterwegs freunde wartet ab bis er bis der hangar steht dann dann mache ich alle wartet ab bis der hangar steht schiff unter beschuss letzter versuch hier mein mein unternehmen nur zu vereiteln das wirst du nicht überleben schade oh ja die wollen ja alle in die neue welt fahren das ist aber ärgerlich ja die wollen hier mit augen zu und durch ne das das funktioniert hier nicht ich besitze die ganze untere reihe an inseln also die die sache mit den luftschiffen die ist durchaus lass mich raten wenn ich hier feierabend mache dann kriege ich auch noch mal einen rein gut das jetzt läuft schaffen wir die erste millionen hier ganz locker zu erreichen die turbine wird gleich mit eingesackt da kenne ich ja nix jetzt geht es noch ein bisschen darum kriegen wir noch mal für arbeitskräfte irgendwas sinnvolles wirklich ein haus wo man sagt also hier ein büchlein wo man dann sagt jo zehn prozent weniger arbeitskräfte hilft uns nicht wollen wir den noch mit einpacken ich glaube den haben wir noch den haben wir noch mal da den haben wir noch mal da ihr bleibt dann jetzt einmal hier kurz stehen ihr bleibt mal ganz kurz hier stehen denn jetzt kommt der masterplan drei bäume pflanzen und sagen jo ich bin der beste hier ist die abteilung für bäumchen es muss nicht schön aussehen aber eins ist wichtig so viele punkte wie möglich das wird nicht reichen da 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 sehe ich von hier also mit den sets das ist durchaus eine gute idee hier das ist noch platz der nicht genutzt wird ok den können wir mit rüber nehmen wer ist da wer bringt punkte also wir können den großen hier flippy floppy mitnehmen das sind schon mal 100 in z wäre schön wenn wir eins hinkriegen aber das kriegen wir hier nicht wir haben dieses komische museumsteil was uns nichts bringt jetzt ist frage ob wir auf tiere gehen oder alles da drüben aufbauen das wäre museum das wäre museum und das wäre museum museum haben wir hier noch irgendwas drin was wir hier aus dem wir haben noch gar kein museum vergisst es gut du fährst rüber super tropico ich gehe auch gucken was du verloren hast ok dann kommen wir später noch mal vorbei aber noch genügend steine ich weiß nicht aber 100 mitnehmen nicht die uhren nicht die uhren ja lieber noch mal rausschmeißen als nachher zu viel haben das ist schon ok macht alles sinn supi dat hätten machen kommt hier drüber also es reicht nicht ganz wir brauchen noch mindestens 300 so in der richtung damit wir da das haben wir schon immer angestrebt ja bier wird toll wie sieht es aus 95 ja dann kommt er wieder auf einen guten positiven wert eine produktion wurde angehalten ich gucke jetzt mal ob ich hier noch irgendwo so einen kleinen briefkasten mit unterbringe kleinen habe ich gesagt da kommen wir dann da würden wir den mit reinkriegen das würde funktionieren ist auch nicht die beste variante ich würde ich raten da würde am besten stehen genau da kriegen wir nicht hin aber dass ich hier durchweg haben möchte ist euch schon klar lass mich raten da passt er dann auch nicht hin weil ich ja dann den winkel wieder eins höher nehme auch mann und so natürlich nur ein was ist egal wie du es machst ich muss diese ecke nehmen es ist die einzige ecke die funktioniert bei dem kleinen postkasten wird die häuser alle mit reinkriegen wenn wir für euch ein bisschen was tun wollen können wir die mittel ein bisschen ausbauen damit ihr überall vielleicht ein bisschen in die ecken reinkommt und hier noch ein bisschen was ankommt also das hilft ihm schon ziemlich hier hast du den da oben zu stehen das ist in ordnung es läuft ja sieht ja alles ganz gut aus 700 das ist unsere magische zahl die wir erreichen müssen 700 700 das doppelte meine damen und herrn muss noch erreicht werden kampfdeck bereit machen ihr ladt aus wir haben echt kein holz mehr ich stehe kein holz mehr na gut dann stelle ich euch jetzt hier mal daneben damit das hier wieder ein bisschen besser läuft klicken ist in ordnung passiert wie sieht es aus mit unseren pelzmänteln strikt bei 100 gehalten von den guten sachen haben wir gerade nichts also jedenfalls nicht viel dann darfst du jetzt bier noch mitnehmen super ihr fahrt jetzt nach oben nochmal hoch das schaffen wir noch und dann werden wir nochmal irgendwie versuchen an irgendwas ranzukommen weil ein item mit 50 wäre schon gut ah jetzt müssen wir uns wieder beeilen weil wir währenddessen hier erstmal die ganzen fotos abschicken der triumph stürmt und drängt mir durch jedes glied ja glückwunsch das hilft uns ja total in die takelage hallo die werden immer an derselben stelle abgeschossen das ist hier die todeszone vielleicht weniger machen oder ach schade sie können mich nicht besänftigen ja das ist mir schon klar hier fehlen auch steine und wir haben gerade niemanden mehr da der das hier irgendwie transportieren könnte ich meine was ist denn jetzt auf einmal wieder los hier der ist doch gerade schon länger weg nur weil wir die zeit einmal zwei sekunden hochgestellt haben mann 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 ok du kommst auch mit zurück dreht mal beide bei dann schauen wir mal was wir machen können ich würde das gerne weiterführen wir haben aber kein aluminium mehr wir müssten aluminium sowieso mal aufbauen hier die industrie aber zuerst der taktische plan mit dem wir brauchen einfluss frachtschiff steht bereit dieser taktische plan muss erstmal umgesetzt werden sonst wird das nicht so tschüss rüber wenn ich ihn automatisch anweisen könnte dass er hier noch sachen einsammelt ne oh ja guter kapitel mir egal komm schon das werden wir heute noch fertig schaffen hier haben wir auch keine attraktivität von 250 also so gut wie gar nichts ich würde ja wir haben ja noch ein paar tierchen ne wir können wir können theoretisch ein bisschen was machen ohne auch großartig was ausgeben zu müssen an einfluss sollte das alles hier irgendwie funktionieren ne eins sollten wir nicht gekauft mir war so als wenn wir eins da haben eine produktion wurde angehalten kriegen wir jetzt die platitude geschenkt wäre gut ja ist gut gib mir ja welch freudvolles abbild von ihnen ihre stadt ist attraktiver geworden ich liebe das immer das habt ihr schön gemacht ähm den haben wir schon den können wir noch können ein bisschen was verteilen was jetzt nicht unbedingt vieles komm wir stellen die ratte aus mir ist gerade danach wie weit seid ihr? gleich da gut alles klar warten wir auf euch ach ja er kommt von unten ne ist die flagge meines vaters bereit zum einsatz zack 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 platz ein auf die station zack 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 geld ist ja erstmal da meine ganzen ersparnisse dahin ach ja ja und wir sind wieder bei zwei weil ich den bei einer minute vergessen habe neu zu setzen und ist das nicht schön ja wenn man das automatisch einstellen würde hätte man vielleicht chancen räuber der meere zumindest an dem sind wir schon mal dran äh tiger kazi tazi dschungelfieber nehmen wir mit äh bringt auch erstmal punkte das ist jetzt aber auch nicht unbedingt könnt ihr mal da aufführen hatten wir den braun bär hatten wir den schwarz bär hatten wir nicht ne dann nehmen wir den mit auf wen wird denn jetzt hier geschossen geh doch mal weg komm ein angriff wird der ja noch wohl fahren oder mit euren luftschiffen komm so kurz vorm ende muss das sein flach kreuzer bereit bringt nicht genügend punkte dass das hier den knutschefisch guter knutschefisch gewöhnlich heißen her 20 punkte sind 20 punkte nehmen wir mit sonst noch mehr einen können wir noch aber dann ist gut dann nehmen wir noch den mit und dann sind wir voll wir könnten auch noch die mumie mitnehmen die würde nicht wirklich mehr punkte bringen okay dann seid ihr voll und fahrt hier rüber und dann müssen wir mal gucken wem wir da alles mit rüber schaffen wie wir da machen können wie auch immer du fährst hin dafür habe ich dich geholt ja du kannst noch mal bier mitnehmen so steine drüben kaufen damit das jetzt hier ein bisschen knapp steine sind wir einfach auf den einkauf angewiesen dass wir da vorankommen wo sonst ähm Pustekuchen kommen wir nicht voran äh haben wir vielleicht irgendein Setup wenn wir nicht voll abgekriegt haben wäre aber schön wenn wir eins hätten Tiger Tiger Meerestiere haben wir jetzt zwei wieso wird der Räuber der Meere nicht angezeigt als äh oder wie oder was mhm hier an Dings Sumpf, Fieber und Heiland würde ich ja schon ganz gerne erstmal lassen bringt ja jetzt auch alles nicht so viel was da ist ne da 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 ja das hilft nicht die sechs kannst du hier noch behalten äh ja mit Arbeitskräften das wäre so schön wenn wir auch mal was mit Arbeitskräften kriegen würden aber wir kriegen ja nichts nie ist er zufrieden der Roland nie ist er zufrieden hier das kriegt er das kriegt er das kriegt er hier mit Dynamit könnte ich jetzt hier die Minen verbessern das wäre eigentlich gar nicht so übel wie viel kostet das Ding 100.000 können wir uns leisten Dynamit wird hergestellt zur Zeit können wir also machen fahr mal rüber lass dich aber bitte nicht versinken setz die Segel gut die zwei würde ich rüberbringen zur Zeit zur Zeit erstmal kannst du den da zu weit weg zu weit weg ja gut wie im Kindergarten war halt ich war halt zu viel war zu viel gedacht weißen wir alle das war 1,7 Millimeter waren das halt zu viel sehe ich ein mein Feder sorry die Abteilung ist mehr als gefüllt hier noch mal dorthin ich weiß nicht ob er die die Rückfuhr noch schafft wichtig ist dass wir den und den rüber bringen willst du noch irgendwas anderes noch mit mit nach drüben bringen ich weiß noch nicht ja Stahlbeton wäre schön wenn er noch drüben ankommt super und die Phase haben wir auch noch geschafft 3000 wird schwierig auch Dings brauchen wir dafür der könnte schon mal anfangen wenn ich ihn jetzt gerade mal finde für die Phonographen können wir nicht weil wir nicht die 3000er Marke knacken wir finden uns in einer ziemlich guten Lage der Sekt ist zurzeit noch ohne Priorität das ist lohnt sich da noch irgendwie was zu investieren Fragezeichen Punkt Komma wie viel können wir noch machen ohne großartig was zu zahlen wir uns da Einfluss für das heißt also zwei dürften hier theoretisch noch stehen machen wir unser Dings und unser Knutschefisch kommt noch mit rein ich hätte ganz gerne können wir hier noch einen unterbringen können wir hier ist noch einer irgendwie ich weiß nicht ich weiß nicht Schiff unter Beschuss ja ist ja richtig kann ich ja schnell mal die nächste Höhe Ihre Insel wird angegriffen ja ich weiß sie haben oh wir haben jetzt hier alles noch schwimmen wir Fahr zurück in den Hafen wir kämpfen weiter benötigt der hat ja der ist ja der ist ja tot also der hat ja null Schutz hier ja voll auf den Sack bekommen hier unten hat er sich nicht getraut oder was erwarten neue Horizonte na dann halt nicht Freigling Freigling zwei Geschütze aufgebaut und schon will er nicht mehr Schiff unter Beschuss ja ist ja gut oh shit wo ist der zweite wo ist der zweite der zweite ist schon da bereit zum Einsatz wenn du die einmal einmal ohne fahren lässt ich meine er schafft es aber ich muss das beim nächsten Mal wieder als Geleitzug wenn die jetzt beide auf ihn losgegangen werden wäre es auf jeden Fall nicht einfach geworden aber wir gehen mal davon aus dass wenn er Piraten wenn er sich entschlossen hätte anzugreifen dass das gereicht hätte weil meistens ist ja so wenn ich mich mit zwei battlen und das dann überlebe kommt noch ein dritter kommt noch ein vierter kommt noch ein fünfter meistens noch ein siebter achter neunter zehnter bis er dann jetzt brennt hier jetzt wieder alles ja wir haben hier zurzeit nur einen tut mir auch sehr leid hab da gut gemacht kurz vorm Ende der gute alte Klassiker auch wieder hier wenn was passiert immer ganz ganz knapp wenn ich aufhören möchte war ja klar aber anders wäre es ja auch langweilig das Museumsteil haben wir noch nicht das nehmen wir mit der Ochse ist für den Dschungel den haben wir dann auch schon gut nehmen wir auch diesen mit der Ring ist das sind alles nur gewöhnliche Teile das kostet ja auch alles Einfluss das ist das große Problem na komm nehmen wir den Ring mit neue Befehle nehmen wir den auch mit weil sonst noch irgendwas was Sinn macht irgendwas was uns auf die Schnelle auch irgendwie ein paar Punkte bringt nee nicht 10 also 20 sollen es ja wohl schon noch sein den Fahnen würde ich jetzt ungern noch mitnehmen das Ding habe ich schon komm rein wir mit Hauptsache wir haben so warte wer war jetzt der Schnelle du das heißt du fährst eben langsam hinterher damit ihr beide ankommt ohne dass das jetzt hier was wird alles klar ihr seid wieder am machen die Feuerwehr das wird schon gleich irgendwie wieder funktionieren ja wir haben zurzeit kein Kanonenturm die hören auch nicht auf die hören auch nicht auf die geben nicht auf die ziehen das jetzt gnadenlos durch die wollen halt nicht dass ich jetzt aufhöre zu spielen das ist es geht aber nicht weil wir sonst wieder hier das haben wir schon einmal wieder übertrieben ist nicht anders machbar wir müssen Schluss machen sonst kommen wir hier wieder nicht voran immer dann wenn spannend wird wann denn sonst ja wenn nichts passiert dann kann ich ja hier auch so viel aufnehmen wie ich möchte also morgen zum Anfang was wird schon sazieren ja vielleicht noch mal kurz nachgucken ob sie da nochmal beim Hafen angreifen aber danach passiert eine ganze Weile nichts bis wieder zum Ende aber sehen wir ja beim nächsten mal wieder bis zum Ende